hallo freunde willkommen zurück hier auf dead by daylight quatsch hallo freundes geile youtube spaß grüße euch willkommen zu der daylight und heute zum gast der liebe weiteres wischens und der holy diver grüße dich mal lieber holi dann gibt es gar nicht abgehoben aber okay hallo freunde der sonne ja ja der liebe ich hast du gerade nicht gerade in die kamm geguckt ich habe nämlich und jetzt mit dem virus dazwischen quatschen ist sehr höflich ja ich kann das immer weißt du doch ja holi wo es gerade was sagen ich habe dich unterbruch das einzige was ich sagen werde in dieser folge freunde was besonders die wir besonders die killer spielt hat gott verdammt noch mal auf wird dazu kämpfen ihr idioten also es ist es gibt welche die können das aber das kommt natürlich auch die survivor drauf an ob man dann jetzt sagt hier ja da lang wo nicht gegen keller oben ist auch eine kiste gewesen wo war ich da stehen geblieben also ja man muss es gibt da killer die kämpfen die kriegen trotzdem jeden survivor es gibt aber auch ja auch ausnahmen die das widerlegen okay ich würde der feinst stelle es gerade in der scheune drinnen ja und ich bin jetzt eine scheiß volle rein achtung die hat diamant stein als bernfalle addon dazu das heißt sobald ihr in der bernfalle drin seid fällt es hier zu boden und er hat den killer berg das ist die koste freunde oh man no please no holy no dich schon wieder das ist so asshole okay mein lieber murat du steckst hart nach magie wo ist der drecksack er hat aber lange da oben in der ecke gestanden wer ist denn kaputter freak ey nein das gibts doch nicht genau dieselbe scheiße rein ich sag bloß diamant stein jetzt wird der wieder sterben jetzt wird der wieder sterben tuda ja er machts ich seh nichts ich seh nur bluten scheiße was war das freund das war die kürzeste runde die wir jemals hatten fuck off alter die war ja noch kürzer als kurz der hat die falle da wieder aufgeworfen ich breche ab ich habe damit aber nicht gerechnet jetzt naja der ist nicht so doof der killer alle entschärfen da steht doch fall entschärfen ja freunde der feinsteller hat es bei den addon dass wir jetzt ihr beide da sehen durfte es unten äh unten rechts war es noch ein roter stein das die abhauen und das bedeutet wenn die wenn man da in der falle da rein drittet dann ist man sofort auf dem Boden der kommt da hau ab Mensch nein nicht in die Richtung hau noch die Palette oben er hat dich gesehen jawoll Katschinga ja yeah hohohoho der ist gut der Junge der ist echt gut wie was soll das denn jetzt ach der muss ja nicht immer die Leute töten der kann die auch mal aufknüpfen ne er schweizt hin und tötet sie da hat aber er ja ab ab g all aber über die wir jeweils diese Folge siehst du bist ein feige Schwein Konzertinho auf Freigetheer ist aber er wäre sowieso gestorben von der Sonnenschläge wo soll er noch großartig machen werden ja oder biskollekt wird man doch nicht gleich mehr er hat erledigt der Kette Kizoto so die Punkte wer sicher ja was das weiß auch du er was bisher gemacht das ist ja die Punkte auch so dass er ausgegangen ist ist ja glaube ich keine Punkte so ja ich kann nicht mal irgendwie jemand anders hier um Dingsen mal gucken ob die jetzt die Luke findet der kann sie ja noch gar nicht du musst das Generator machen vielleicht sucht es erst die Luke und sucht einen Generator keine Ahnung aber ein Generator muss das Ding auf jeden Fall da guck ich nicht zu so wir werden das jetzt hier einfach mal ganz fix und alle und ja so muss jetzt einfach mal ne neue Lobby nicht ah 700 Punkte bekommen aber auch ich hatte nur 300 oder 500 von naja jo passiert halt so lass ich mal nochmal ein erzählen Holy Diver auf dass wir siegreich sein mögen auch mach ich mal schnell und und noch 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 heimstor wenn der alte man drücken auf bereits Alles klar. Fällt nur noch der Killer, der blöde Horst. Soa, 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 sobra. Yeah. Oh, eins. Schöne. Brand-ne-ba-ne-hem-bla. Gut, okay. So, dann hätten wir es erst mal zu dem Add-on. Ja. Das war eine Opfergabel, aber egal. Ja. Add-on. Das war eine Opfergabel. Add-on. Ich kann jetzt drüber streiten. Ganz ehrlich, wenn man keine Ahnung hat, lieber wie, oder sollte man lieber die Klappe halten. Add-on. Ja, in dein hier ist es ein Add-on. Nein, das ist eine Opfergabel. Du bist selber so ein Opfer. Du doch auch. Also muss erst mal das Add-on finden. So. Oh, man die mehr Popper schon lange nicht mehr. Ach, okay, alles klar. Wo schmiert dieser Schmier mich rum, ey? Bei mir in der Nähe. Und es lackt bei ihm. Ja, ach, auch schon gemerkt. Ich denke, gerade ist er nur. Du standst doch gerade erst woanders. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass manche, ich will jetzt nicht etwas Böses behaupten, aber dass manche auch wirklich einen Hack anhaben oder einen Cheat anhaben, wo es bei den Spielern lackt. Das kann eher sein, dass das Internet gut ist, aber sein Computer vielleicht nicht ganz so. Ach, hör mich. Dein Ernst? Er hat den Killerpöc schon wieder. Er versucht deswegen. Ach, hier ist ein Hakenpunkt, der soll den hier vielleicht abhauen. Ne, geht mit dir in die andere Richtung, okay? Wow, ist ja weit gelaufen mit dir. Ja, ich bin so ein Scheiß-Kämpfer, ey, Arsch. Ach, weißt du, was leckt mich? Meine lieben Kinder da draußen bei Dead by Daylight, merkt euch eins, überlebende Tod zu campen bringt euch sehr wenig Punkte. Ich könnte jetzt schreien, aber ich versuche mich jetzt gerade zurückzuhalten. Ja, ja, Arsch kann sehr gut unter die Decke gehen, weil sowas. Green Panda! Du bist eher ein Green Shit Panda. Ne Green Asshole. Ich bin jetzt der Einzige, der einen Generator gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die anderen hier alle schlafen. Auch die anderen, der eine geht rum, die eine versteckt sich hinterm Felsen. Ja, so wird das nie was. Ja, die haben auch Probleme mit den Lacken. Ja, dann macht das Spiel doch, macht doch keinen Spaß mehr, wenn ihr ständig solche Idioten-Killer-Spielen hältst. Ja, das spielen wahrscheinlich nur Kinder, dieses Spiel. Ja, weil sie das vom Kronx sehen und denken, oh, das ist gut, das kann ich das Spiel. Ich bin auch. Oh, ich sitze mich mit meinem Bruder am Generator. Aber ich lässt ja eh nicht den Generator knacken. Ich weiß nicht, warum der nicht alleine den Generator macht. Oh. Warum hören sie den Erz? Der Schmittbacher? Von hauen sie ab. Ich entteile mich meiner Meinung nach. Vergess ich mich noch. Also ich glaube, von diesen Survivoren brauche ich mir nichts erhoffen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ach, scheiße, Mann. Boah, das lag aber ganz schön. Mal lieber schon die Schnee. ich gucke mir da, wer ist denn das? Ey, blöde Sau. Guck mal, war da noch rumreiert. Ach, scheiße! Ich dachte, der läuft jetzt hinten rum, ey. Mist, verdammte Wichse. Ja, dein Bruder macht schon mal einen Generator. Oh, wow, da traut sich doch mal was. Ja, ja, dann wird die jetzt auch mal totgekämt, ja? Kleine Ruhe, du. Oh, ja. Mal kann man befreien, mal kann man nicht, ey. Das ist in dem Spiel so ein Fail. Ach, schau, lass mal das dauer. Ja, das war jetzt genau so dumm. Du musst warten, bis der Kiel auf der anderen Seite der Palette ist. Die war tapfer. Mein lieber Schwede, ey. Beide. Ja, ja, ja. oh man und nicht der andere schneller schnell auch war schneller 8 8 und zu teilen wir aus Dankeschön Sag mal, Oli, man hört nichts mehr von dir Aber ich habe jetzt doch eine Möglichkeit gefunden, den Leuten zu schreiben Alles klar Der Killer hat hier von mir das Wort Camperpasta dran bekommen Die andere, dieses Mädel, hat eine Camperbitch von mir bekommen Eine Anzeige spinnt wieder an Mit deinem Ernst, ey Ja, oah Ach Mann, ey, das wurde ausgerechnet dann und dann Ja Alles klar, komm, hängen wir hin, du Opfer Wierst du Idiot Äh, da hab ich nicht aufgepasst Äh, wo passiert das halt Ja, manchmal ist der Boden drin, aber manchmal hat man auch noch einen richtig geilen Lauf Soll ich dir Tipp geben, wie du den, äh, überschreiben kannst Naja, brauch ich nicht Ja, wenn du auf dem Steam-Menü gehst, mit Spieler, suchst ihn raus, ob du in ihrem Portrait Ja, ja, ich weiß Runden wir schon mal gesagt haben Ja, soll ich ihn wieder einladen? Warte, ich guck gerade der Verena zu Werden derer, ich sag immer Verena Guck mal, ob die es wegen sie schafft Naja 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 So, er läuft da hinten ganz feige um die Ecke rum Und jetzt abhauen Bring er Wow Schickes Höchstgenotzer an Der Generator umgemaß, der müsste auch noch gemacht werden Genau, da geht's jetzt hin Ne, doch nicht Was spielen die hier? Die sieht doch Ja, hat auch ein gut abgehängt, den Killer Maha, der so schlau ist ja nicht, aber wenn man sich doof anstellt, so wie ich wollen, dann kann's dann echt vergessen Na ja, das kann doch ein bisschen ewig dauern Ich denke mal nicht, dass ich da noch weiß ich bin Weil ich nicht mehr dazu gucken werde Nö, nö So, für diese Runde würde ich sagen Äh Hasta luego Dankeschön Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Und ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Euer Holy Diver Ja, ciao ihr Kämpfer Und meinerseits der Virus Visions Ciao mit V Ciao